Hallöchen Freunde, Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Pixelman. Hallo, wie ihr seht haben wir ein wichtiges Treffen. Ja genau. Mit Mr. Steak und Mr. Apple. Was? Ein anderes Lied. Ich kann das in deine Nasen nicht gewinnen. Ich passt. Oh mein Gott, was ist das? Warum geht es hier runter? Oh mein Gott, was hast du gemacht? Oh. Perfekt, Jakob, perfekt. Ja, ich weiß. Naja, wie auch immer. Weißt du was? Gehen wir einfach mal den Gang entlang, oder? Nein. Nein. Ich zeig dich. Oh. Oh, scheiße. Warte. Ich hab was fast vergessen. Ah, Uhr. Timer. Jetzt geht es mir wieder besser. Super. Oh, warten doch auf mich. Oh mein Gott, ein, wow. Ein Gang, ein unterirdischer Gang. Oh. Ja. Ja. Bist du nochmal laufen? Okay. Das ist das. Oh mein Gott. Wie. Hi! Hallo! Genau! Wir haben eine Pokémon-Arena! Nicht schlecht, oder? Voll hell! Mach mal das Licht aus! Wie ihr seht, haben wir jetzt eine Pokémon-Arena, die wir in der letzten Folge besprochen haben, oder? Ja! Ja! Scheiße! Was denn jetzt? Nichts! Ja, ich wollte schon sein Komm alle runter! Oh! Oh! Scheiße! Okay, darf ich zurückgehen? Nein! Du kleiner Dreckig-Gachita! So! Was machst du? Ja! Was denn? Du bist plötzlich so laut! Ja! 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 Naja! Naja! Dann lass uns starten, oder? Nein! Ja! 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 Wir haben einfach... Unser erstes Versuch von einer Arena! Wunderschön! Wir haben einfach keine Fenster, weißt du? Ja! 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 Das hab ich mir auch gedacht! Aber ja! Es ist trotzdem geil! Also ja! Lass uns kämpfen, oder? Warte! Warte! Ich hab jetzt einen Fenster! Alter! Komm, lass uns kämpfen! Oh! Voll unfair! Ja! Ich weiß warum! Ja! Ja! Drei, zwei, eins! Los! Ja! Ja! Drei, zwei, eins! Den dritten! Den dritten! Den! What the?! Alter! Ha-ha! 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 Warum steht denn dein Pokémon jetzt bei mir? Egal! Was soll ich machen? Nein! 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 Was? Ich sterbe! Ha-ha! Wow! Super! Was? Das war immer leicht! Ha-ha-ha! Marowak! Los! Rage! Ja! Genau! Hallo! Was? Nice! Hör auf! Ha-ha! 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 Headbot! Headbot! Ha-ha! Oh-ho-ho-ho! Voll klein! Wow! Oh-ho-ho-ho-ho! Buh-buh-buh! Ha-ha! Ha-ha! Fick dich doch! Ha-ha! Pussy! Ja! Klar! Oh-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Oh nein! Das bringt's nicht! Oh-ho-ho-ho-ho-ho! Oh! Wie süß! Sei jetzt so klein! Was möchtest du mit dem? Ja komm! Oh! Oh! Mach ich mich fertig bitte! Okay! Hm? Was denk ich für dir? Oh! 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 Gigglypuff! Okay! Warte hier! Du kannst auch ein bisschen Punkte bekommen! Oh! Das war nicht Luke! Oh! Hey! Es ist immerhin unten! Ist eins jetzt auch endlich mal unten? LOL! Oh! Oh! Das war die falsche Attacke! Ich bin zu stark für dich! Ich bin zu stark für dich! Ist gut! Das ist einfach ein Level 60 Pokémon! Ich bin zu stark für dich! Und jetzt noch nicht! Ich bin zu stark für dich! Ich bin zu stark für dich! Ich bin zu stark für dich! um damit ich habe ein Problem vor sich die Schöße Erklungen Merkel und so und bitte ich möchte nicht sterben und wer gewinnt Wieso deins? Deins ist so süß! Oh nein! Will dich nicht! Attacke! Oh mein Gott! Ich hab' gewonnen! Ich hab' nicht mal mein anderes Pokémon geholt! Meine Damen und Herren! Charizard! Charizard! Hä? Oh Gott! Alter, hör auf! Alter, ich hasse dich! Kleiner Victor! Du hasst mich! Neee! Ach, da hast du noch! Oh! Du 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 duuuuuuu! Du 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 duuh. Wooaaahhh! Prozent sie sind die Leider zu spartig das ist der Schlag einmal was macht er er 8 8 3 was wird es eigentlich nur für den Schatz machen mal Pixelmon Vicky also du meinst Computer als Mitglied ein dieses Tauschgeräte Schälen schon ich hab Schindler falsch geschrieben die Reiter meinen Drachen schreibt man Schindler er hat sie haben aber ein G er stimmt Prozent warum finde ich denn nichts Nein was attackiert du mich da warum finde ich nichts ein L da die Meldung warum finde ich nichts nach dem Essen wenn ich Prozent Tänzsche angeben nicht Schindler was dann keine Ahnung mal an merkt mich und die Füße ich bin aber kann noch Loll man kann ja Post das herstellen Hauptgabend schieße ich bin hier gerade ich werde ich immer man kann gar nichts aber warte ist Pokédex oh ich will ein Pokédex ich mach jetzt ein Pokédex Flame Burst gehört ich mach jetzt zwei Pokédex super wenn wir alle Pokémon spinken oh endlich Catch everything äh was everything gotta catch em all gotta catch em all Pokémon noch werden wir haben wir haben noch eine Redstone Lampe die 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 von die 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 tisch es auch Lefft die geöffnet Bile sie sind sie ist auch Leck der Jammer Oh Worg strahlt ja eine Bokana wo scheiße war was das was nein wo jetzt boah wie macht man einen Amboss hier äh wieso ein Amboss ne nein äh da braucht man so muss man es nicht benennen mhm äh es mir wie drei ein Blöcke und dann noch Engels unten dran halt ok drei Blöcke und dann noch vier so Engels ich hab's rausgefunden okay mhm warte bing also äh Poker Pixelmon Vicky 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 V Weißt du? So, jetzt sind wir quitt. So. Alter, hör doch auf. Hä? Alter. Ähm... Fossil Machine, Fossil Tanks... Ähm... Trading Machine, Control Panel... Weißt du, was ich dazu sage? Ja. Das kannst du in der nächsten Folge nachschauen. Nein! Doch! Bye! Bye!